So kreisende Bewegungen, du knasst und schluchst. Du schluchst in der Rippen, die Atmen. Du schluchst hinten nach vorne, kreisend. So bewegen rechts und links. Du schluchst hoch, drück rechts, schluchst nach vorne, drück links und links und rechts. Wir sehen, dass du hier neben, vor Ort und zurück, rein. Ihr macht ein WegAF. Wir müssen die Tür nur weg, bewege die Marschhärte wieder, Columbia, schluchst nach hinten, schluchst nach oben und dort, schluchst nach vorne und nach unten. Halt nach vorne, Brust zu halb und Bewege rechts und links, Schulter stabil, aber drücken langen Hals. Mach kreisende Bewegungen, in die andere Richtung wechseln, Kreise, Wege fixieren und in der Körper mit die Dreie rechts und links und Schulter immer noch tief. Mach um den Weg, nehmt Kopf und Schulter, führer langsam ab, mach Drücken rund, schön mit Drücken. Und hier, und schlugend rollen, Schulter nach hinten ab, bitte drücken, schlugend rollen. Ja, das ist gut. Lieben, das ist das Schulterlokkere. Frohle. Und wieder aufhören. Und das Beinwechsel, nehmen die linke Bein, reißen, schlufe, 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 schlufe. Und das Beinwechsel, nehmen die linke Bein, reißen, schlufe, 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 schlufe. Und das Beinwechsel, nehmen die linke Bein, reißen, schlufe, schlufe, schlufe. Und das Beinwechsel, nehmen die linke Bein, reißen, reißen, schlufe, schlufe, schlufe. Und das Beinwechsel, nehmen die linke Bein, reißen, schlufe, schlufe. Und das Beinwechsel, nehmen die linke Bein, reißen, schlufe. Und das Beinwechsel, nehmen die linke Bein, reißen, schlufe. 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 Und das Beinwechsel, die linke Beinwechsel, reißen, reißen, schlufe. Das Beinwechsel, reißen, lachen, reißen, schlufe. Die andere Richtung kreisen, Achtung vorne, schüttere, bliebe tief, die andere Richtung, die andere Richtung zu machen, und wenn die 맞아 ministra sich nicht ganz chopper, dann schüttere Kupfer dir dasД, Mixplегда machen! Jetzt drinnen und drinnen und dann wegsetzst Teile und Auto oben! poop deinem背chen Und dann streng zum Weg, jadeln. Und dann streng, jadeln. Und dann streng, jadeln. Und dann streng, jadeln. Dann streng mit dem gesessenen Hinterabarm nach vorne, mit Schultern hoch. Oh, 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 oh. Inatmen. Und schut. Minuten lang. Soll das Oberschenkel parallel zum Boden bringen. Achtung, lieber Tonte, nur Arm bewege. Rumpfmuskulatur anspannen. Rumpfmuskulatur. Schütter, locker, ruck, rot. Aufrollen. Achtung, lieber Bogen in den Engels und Körper. Rechte Bein führen. Oberschenkel, wenn es parallel zum Boden geht. Beistrecken. Möge einatmen. Bogen dann? Untertitelung des ZDF, 2020 Wenn du dich auf werdst, die Oberstelle wir parallel mit. Du bist 2, ich bin 3, du bist 3. Und dann nächste Mal die Karte. Ganz kleine. So schön. Mal strecken, mal drücken lassen. Die Hände zusammen. Und reiner Körpermitte, rechts mit. Lange Wirbelsäule. Lange Kals. Mach den Bogen auf die Schulter. Lange Hände. Lange Hände. Lange Hände. Versuch jetzt mit tiefer. Nur mit dem Kopf zu knieziehen. Und schnuffisch. Lange Hände. Lange Hände. Wirbel abrollen. Langsam wieder hoch. Versuch die Füße jetzt am Boden hoch. Wirbel vom Wirbel aufrollen. Und schnuffen. Genau. Und das nächste Mal ein Bein strecken. Bein wechseln. Mal rechts, mal links. Siehtze. Mal rechts. Ausatmen. 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 Beistrecken. Mach nur leichte Moll. Bleibt oben im Fies weg vom Boden. Beistrecken. Lanz am ab. Gut, gut. Ohne Schwung. Mit der Bein beugen. Mach nur leichte Moll. Handluft zieht. Mach Druck rund. Abrollen. Knie und Fies auf einer Linie. Stehe hübsch breit. Du deine Arme über den Kopf hochziehen. Bege lupfen. Wirkopf am Wirbel hoch. Abrollen. Ja. Gut. 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 Fies in der Bewegung. Oberkopf und Oberschenkel auf eine Linie bringen. Sehr muskulatur. Spannen. Gut. Musik Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Ich atme aus. Ich muss die Fussballen drauf. Ich atme aus. Nächste Mal. Darmbäuge, Ferse zum Boden. Teil bei strecken auf der Garnale. Halte. Hüftknochen auf eine Linie. Und Fuß zum Weg ziehe. Und Arm strecken. Beihabe bringen. Atmen. Fuß. Und dann mit dem Fuß schaffen. Fuß kommt. Und flex. Machen wir das letzte Mal. Die Beine wechseln. Zuerst halten. Auf der Garnale. Zieh den Fuß hoch. Wir atmen. Und. Auf der Garnale. Auf der Garnale. Auf der Garnale. Nachden. Auf der Garnale. Und links. Auf der Garnale. Auf der Garnale. Und die Beine. Auf der Garnale. Und die Beine. Auf der Garnale. Basmustil уже zusammen. Und die Gesäßmuskulatur zusammen. Presse. Und schnuffe. Der Garn ist ganz ganzだ und strecken. Hülle Bogen liegt. Drei Malte. Hülle Bogen liegt. Hülle Bogen liegt. Hülle Bogen liegt. Abrollen die Hand auf die Ziehne, die Kniezahme halte und kreise, entspanne, unter der Rücken massiere, die andere Richtung kreise. Abrollen die Hand auf die Ziehne, die Kniezahme halte und kreise. Abrollen die Ziehne, die Kniezahme halte und kreise, die Kniezahme halte und kreise, die Kniezahme halte und kreise. Abrollen die Kniezahme halte und kreise, die Kniezahme halte und kreise, die Kniezahme halte und kreise. Kniezahme halte und kreise, die Kniezahme halte und kreise, die Kniezahme halte und kreise. Kniezahme halte und kreise, die Kniezahme halte und kreise, die Kniezahme halte und kreise. Kniezahme halte und kreise, die Kniezahme halte und kreise, die Kniezahme halte und kreise. Kniezahme halte und kreise, die Kniezahme halte und kreise. Kniezahme halte und kreise, die Kniezahme halte und kreise, die Kniezahme halte und kreise. Kniezahme halte und kreise, die Kniezahme halte und schnupfen jetzt. Kniezahme halte und kreise die Kniezahme halte und kreise. Machen wir das letzte Mal, Hand auf den 10, nehmen Hand in den oberen Arm, dann nach vorne Becken fixieren, Knie auf die Seite ausdrehen und schnaufen, einatmen, gut, einatmen, gut, so Becken stabil halten, nur Knie ausdrehen Machen wir das letzte Mal, Darm über den Kopf, Knie und den oberen Arm zusammen drücken, ohne Schwung Machen wir das letzte Mal, Darm über den Kopf, Knie und den oberen Arm, Knie und die Seite ausdrehen Die Hand auf die Seite, Bein anziehen und die Kante nach hinten, aus der Reihe bleibelt, versucht die Hand bis zum Boden abzubringen. Wegen, die Hand nochmal an. Und noch die Knie zum Weg, aus der Reihe, Bein, ich bleibe stabil, drück die Hand weg vom Boden abzubringen. Ich atme aus. Und noch die Knie zum Weg, aus der Reihe, Bein, ich bleibe stabil, drück die Hand, aus der Reihe, Bein, ich bleibe stabil, drück die Hand, aus der Reihe, Bein. Zusammen ziehen, so Balance nicht verlieren. Inatmen, aus. Bein. Machen noch letzte Wun. Hand läuft, zieht und durch beide Führen und ausziehen. Und Hand nach hinten drücken, so ein bisschen guter Abbrunnen. Bein, entspanne. Macht den Arm zu eng. Blick zum Boden. Schultern nach hinten ab setzen. Und drück Kopf und Schultern zum Dekin. Können beide dazu nehmen. Inatmen. Kopf und Verlinderung der Wirbelsäule. Schulterblätter zusammenziehen. Oh nicht, oh. Oh nicht, oh. Oh, bumblebe. Da oben. Mach ganz Flini. Und Kopf auf die Seite, drei, entspanne. Kopf auf die andere Seite. Und Kopf auf die Seite. Halt auf die Seite. Und dann, die Seite nach vorne bis zur Seite. Einmal um die Seite. Und einmal nach hinten. Und vier. Und schluchte das mal. Alle okay,master schluchte der Seite. Beste solltetest. Machen wir��igig. Einmal nach vorne. Strecke, mache ich etwas in die Bewegung. Hand auf die Seite. Hand auf die Uhr ziehen. Und drüben. Und drüben. Drüben. Streckelballstrecke. Sieg an, das du kannst. Zwischen nach vorne bis zur Schulterin. Auf die Seite. Ach so. Und drüben. Und drüben. Und drüben. Und drüben. Und drüben. Und drüben. Trudit du mir schallt der Beine. Ja, das ist besser so. Wir fahren nach vorne, strecken nach Kleini. Hüft breit und wieder eine Linie vom Kopf, den Knie, Buch, Nabe, Litsche, Abwege, Unterarmatien, Versuch die Linie halten. Was ist noch fair? Was ist noch fair? Machen wir jetzt den Mund, Hand auf die Seite, Hand zum Fersen, andere Hand zum Dekki, auf die andere Seite. Amen.